Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Ich hasse diesen Namen! So, überspringen? Nein! Ich kann mich nicht mehr über die Freunde von mir glauben. Ich kann mich nicht mehr über die Freunde von mir glauben. Ich kann mich nicht mehr über die Freunde von mir glauben. Ich habe mich nicht mehr über die Freunde von mir gedacht. Ja! Genau. Ich kann mich nicht mehr über die Freunde von mir machen. So, kommt jetzt der Kampf. Gegen mein Böses Licht. Naruto... ... hast du wieder zurückgebracht? Hast du schon mal einen Hinten gehört? Ich habe einen Hinten erzählt. Dann gehen wir weiter. Hä? Killer B? Ich habe ihn mitgekundigt. Da, kommt jetzt endlich auf unser Faktor. Ha... Ich kann mich nicht mehr überrasch sein. Ich habe noch mal den Korn. Ich habe noch mal gehört. Deine Ernährungen gesagt habe auch Sonderkontaktiert. Ich habe ihn nicht mehr überraschiert. Ich habe mich für mich nicht mehr überraschiert. Ich kann mich nicht mehr überraschieren. Ich weiß, was ich. Das ist so. Ich habe mich nicht mehr verletzelt. Ich verstehe das, was ich am besten. Ich verstehe das, was ich. Das ist, was ich. Ich weiß, was ich. Aber ich habe mich, was ich. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr für alle. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr für alle. Ich weiß nicht, was du hast, was du? Ich weiß nicht, was du, was du, was du. Die Sata-Satai sind immer noch zu verraten. Sie haben immer geblieben. Sie haben einen Verlust, einen Verlust und einen Geist. Du hast du, was du? Du hast du, was du? Du bist du, was du. Du bist du. Die Sata-Satai sind nicht so wichtig. Ja, ich glaube, dass die Leute sehr wichtig sind. Aber ich glaube, dass ich nicht mehr so verletzen kann. Ich glaube, dass ich mich selbst verletzen kann. Ich glaube, dass ich mich alle Menschen glaubt. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Das war's für mich, wenn ich nicht, dass ich mich nicht verletzen kann, dass ich mich nicht verletzen kann. Das ist das, was ich zu tun, ist, dass ich mich nicht verletzen kann. Und das ist... Stop! Ich... 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 Ich war's für mich. Ich�리 alpha, Johnny war's für mich! Ich habe mich nicht verletzendet. Ich verstehe was mir! Ich habe mich nicht gehört! Ich bin der Rbot, Scheistem für uns. Ich bin... blind believer. famarem? Komm dapat du mir Completely Away? Ich bin so gut wie tot. Ich hätte zum Händler laufen sollen. Scheiße! Ähm, wir müssen die Kampfprüfung überprüfen. Kampf mit Ultima-Diven-Yu zu wenden. Kein Problem. Geh weg von mir! Das ist nicht möglich. Das ist mein Autoklon. Das ist mein Autoklon. Scheiße! Das war's für mich. Das ist mein Autoklon. Ich muss es auf die langweilige Art machen. Das ist mein Autoklon. 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 Das ist dein, was du mit dir. Du bist mit dir. Und... Das ist kein Interesse! Aber warum? Ich kann mir nicht glauben! Ich kann mir nicht glauben! Ich kann mich nicht glauben! Ich kann mich nicht glauben! Aber ich bin nur... Und... Ja! Das war jetzt ein bisschen langweilig. Aber, was soll's? Oh, was soll's? Scheiße! Hat nicht gereicht, noch mal. Nein! Oh, was soll's? Oh, was soll's? Oh, was soll's? Oh, was soll's? Also, was soll's an mir? Oh, was soll's? Oh, was soll's? Oh, willst du noch mal? Was soll's? Oh, was soll's? Wann ich mich noch nicht sagen? Ich weiß ein bisschen nicht, wer ich bin! Auf jeden Fall, dass er sich durchgesetzt hat. Oh, das bringt doch nichts. Scheiße. Hat doch was gebracht. Nee, 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 nee. Ich brauche Heilung. Also, das klappt so nicht. Nicht mit dem bisschen Energie. Oder ich mache mich etwas stärker. So. Wo war denn dieser verdammte, behinderte Händler nochmal? War irgendwo hier am Anfang. Oh. Wir hatten da was hingeschissen. Der hat Geld geschissen. Okay. Soll es hier auch geben. Nein, kein Händler. Ah, da ist dieser abgefuckte Händler, ja. Otto. So. Hat der auch Bentos? Ja. Nori-Bentos. Äh, frittierte Gemüse-Bentos. Äh, nichts zum Heilen. Das ist ja nur Angriffsschub und Chakraschub und nichts zum Heilen. Wie soll ich mich heilen? Wie soll ich mich heilen? Kaufe ich mir eben zwei davon? Das muss reichen. Okay. Ich bin trotzdem am Arsch. Total am Arsch. Wo ist das? Angriffsschub und Chakraschub? Äh, ja. So. Okay. Versuch macht klug Warum es nicht zum Heilen gibt so Keine Ahnung Ich glaube ich weiß wo ich da hin muss Aber da komme ich jetzt gar nicht mehr hin Bei den Typen hatten wir ja schon fast Und jetzt habe ich vier Heilungs-Items Das müsste klappen Solange er mir nicht eine verpasst So das überspringen wir jetzt mal Okay Gleich mal erstmal die ganze Heilung verscherbeln Ha sooo lässt sich kämpnen So jetzt bist du völlig Und shit Jetzt spielen wir in der gleichen Liga Und jetzt bin ich Und dann bist du Und dann bist du So Und dann bist du Entschuldige sein! Nein! Hat er offen! Das Dach nach mir zu schmeißen! Uah! Hatt dich! Und... Asta la vista, Baby! Nein, nein, nein. Du bist doch nur zwei. Ich bin nur für mich! Damn, das war's! Das ist ein Schaul! Das war's für heute. 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 Ich glaube, das war's für heute. 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 Das war's für heute.